Zbos minir Kalash, pashavusta, was gib mir bitte eine Kalaschnikow bedeutet. Perfekt, um freundlich nach einer Waffe zu fragen. Der neue Advanced Voice Mode von ChatGPT ist der Wahnsinn und er wird unser Lernen für immer verändern. Zur Demonstration habe ich heute Morgen mal ein paar Tests aufgenommen. Doch bevor wir uns diese gemeinsam anschauen, zeige ich dir kurz, wie auch du hier in Deutschland trotz der EU-Sperre Zugriff auf den erweiterten Sprachmodus bekommst. Also lass uns keine Zeit verlieren und direkt anfangen. Der neue erweiterte Sprachmodus ist in der EU aktuell für ChatGPT Plus-Lützer nicht verfügbar. Man munkelt, dass der Grund dafür die Fähigkeit der KI ist, Emotionen zu erkennen, ja was durch den AI-Act nicht sein darf. Alles, was ich dir hier jetzt zeige, ist deshalb nur zu Schulungszwecken und sollte zu Hause nicht nachgemacht werden. Wo wir das geklärt haben, die Sperre kannst du momentan ganz einfach umgehen, indem du einen VPN nutzt und zum Beispiel die USA als Zielland dann wählst. Für meinen Test auf meinem iPhone habe ich NordVPN genutzt, da ich hier noch einen kostenpflichtigen Account mal rumliegen hatte. Aber es gibt natürlich noch andere Anbieter. Ich empfehle dir aber auch einen kostenpflichtigen Dienst zu nutzen, da hier die Verzögerung der Verbindung meist geringer ist als bei kostenlosen Alternativen. Das ist besonders bei dem Sprachmodell, bei dem neuen Sprachmodell wichtig, da sich die Konversationen dann natürlicher anfühlen, wie du auch noch gleich sehen wirst. Wenn du dann mit einem Server im Nicht-EU-Ausland verbunden bist, musst du dich dann einmal komplett bei ChatGBT ausloggen und wieder einloggen. Und voila, der neue Voice-Modus funktioniert. Ich hoffe, das bleibt auch so und OpenAI wird nicht von der EU gezwungen, weitere Maßnahmen zur Verhinderung einzubauen. Schreib mir mal in die Kommentare, ob es auch bei dir geklappt hat. Und damit kommen wir zu meinen Tests von heute Morgen. Ja, zum Beispiel, ich wohne hier in Berlin und es gibt unglaublich viele Dönerläden, die häufig von türkischen Inhabern geführt sind. Kannst du mir da vielleicht irgendwie etwas beibringen, womit ich so richtig flexen kann, wenn ich dann in den Dönerladen komme? Ja, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, damit fühle ich mich nicht direkt so wohl. Vielleicht dann doch was Einfacheres. Ich hätte einmal, vielleicht irgendwie, ich hätte gerne einen Döner mit Käse. Verstehe. Wie wäre es mit Bierdöner mit Kascha Lütfen? Das heißt, einen Döner mit Käse bitte. Einfach und direkt. Okay, lass das mal machen. Bierdöner mit Kascha Lütfen. Super, du hast es fast. Es ist Bierdöner mit Kascha Lütfen. Mit etwas Übungen wird das bei mir ganz vorsichtig. Bierdöner, Bierdöner mit Kascha Lütfen. Ja, das war schon richtig gut. Bierdöner mit Kascha Lütfen. Das klingt großartig und ich bin sicher, du wirst Eindruck machen. Bierdöner mit Kascha Lütfen. Perfekt. Okay, super. Und dann noch bitte, und ein Eiran bitte dazu. Klar, das wäre dann Bierdöner mit Kascha Lütfen. Das heißt, und einen Eiran bitte dazu. Jetzt hast du das perfekte Dönerbestellset. Okay, dann vielleicht noch Choc Güzel. Das heißt doch sehr gut, oder? Oder sehr schön. Kannst du mir das mal erklären? Genau. Choc Güzel bedeutet sehr schön oder sehr gut. Choc heißt sehr und Güzel kann sowohl schön als auch gut bedeuten. Du kannst es verwenden, um etwas zu loben. Zum Beispiel ein Essen, eine Aussicht oder eine Erfahrung. Okay, kannst du auch mir beibringen, wie man vielleicht irgendwelche Sachen ein bisschen, wie man flucht oder sowas? Irgendwie, ah, das ist eine verdammte Scheiße oder sowas? Ich verstehe, dass du neugierig bist. Aber ich kann dir leider nicht dabei helfen, Schindsörter oder Beleidigungen in einer Sprache zu lernen. Es gibt viele andere interessante und nützliche Dinge, die wir stattdessen üben können. Okay, also, was heißt denn Fäkalien? Fäkalien auf Türkisch ist Dışkı. Es ist ein formeller Ausdruck für Exkremente. Ist es das, was du wissen wolltest? Nee, eher das, was man auf der Straße zu Exkrementen sagt. In diesem Zusammenhang könntest du Kepäckpissli verwenden, was Hundekot bedeutet. Es ist eine gängige Bezeichnung, die du auf der Straße hören könntest. Ist das hilfreich? Ja, das ist hilfreich. Kepäckliski. Fast. Es ist Kepäckpissli. Die Betonung liegt auf dem I am Ende. Kepäckpissli. Kepäckpissli. Gut gemacht. Kepäckpissli. Ja, genau. Kepäckpissli. Das hast du Sutter gesagt. Kepäckpissli. Ja, das war's. Du hast es perfekt ausgesprochen. Ich würde gerne mit dir Folgendes machen, und zwar würde ich dich gerne nutzen als Brainstorming-Partner. Du wirst nur antworten, wenn ich sage, oder wenn ich dich nach deiner Meinung, um deine Meinung bitte in der Zwischenzeit, wirst du einfach immer nur, wenn ich eine Pause mache, sagen. Ist das okay für dich? Ja, das ist okay für mich. Wir können gerne loslegen, wann immer du bereit bist. Okay, ich denke gerade darüber nach, eine neue Videoserie zu machen, wo man einfach beliebige Jobs nimmt, und dort zeigen wir dann den Leuten, wie sie passives Einkommen aufbauen können. Also, keine Ahnung, zum Beispiel als Lehrer oder als vielleicht Arzt. Also, viele Ideen habe ich noch nicht, aber das ist so der Stand, den ich bis jetzt habe. Man könnte dann vielleicht die Leute auch begleiten, dass man vielleicht vor Ort ist bei denen und den Tag beobachtet, oder was sie so den Tag über machen. Ja, was denkst du dazu? Das klingt nach einer spannenden Idee. Menschen in verschiedenen Berufen zu begleiten und ihnen zu zeigen, wie sie passives Einkommen aufbauen können, könnte für viele Zuschauer hilfreich und inspirierend sein. Du könntest damit aufzeigen, wie man sein Wissen und seine Fähigkeiten in ein zusätzliches Einkommen umwandeln kann. Ja, genau. Also, das ist die Idee. Also, dass man halt sieht, dass eigentlich jeder am Tag schon ganz viele Dinge macht und wenn man es schafft, diese Sachen in einen Mehrwert zu bringen, dass man darüber ganz einfach nebenher passives Einkommen aufbauen kann. Absolut. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie bereits über Fähigkeiten und Routinen verfügen, die sich in passives Einkommen umwandeln lassen. Durch deine Serie könntest du ihnen praktische Beispiele und Inspiration bieten, um das Beste aus ihren Fähigkeiten herauszuholen. Es wäre interessant zu sehen, wie verschiedene Berufe kreative Möglichkeiten für passives Einkommen bieten. Hey, ChateJPT. Ich würde gerne mit dir ein Rollenspiel machen, auf dem du nur Spanisch sprechen kannst, weil ich möchte mein Spanisch trainieren. Und wenn du merkst, dass ich einen Fehler mache, dann bist du sehr freundlich und korrigierst diesen Fehler. Und ja, also du bist sehr aufmerksam und in dem Rollenspiel sagen wir, es ist eine Situation in einem Café. Und ich komme in das Café und du bist dort der Kellner. Hast du Lust, das mit mir zu machen? Claro que sí. Bienvenido al Café. Como puedo ayudarte hoy? Quiero comprar un café, por favor. Por supuesto. Sería, quiero comprar un café, por favor. Te gustaría un café solo? Con leche? O algo más especial? Con leche. Tu tienes postres también? Ah, sí, perfecto. Dirías, ¿tienen postres también? Sí, tenemos una variedad de postres deliciosos. ¿Quieres saber cuáles son? Un pastel? Ah, entiendo. ¿Quieres un pastel? Sería más natural decir pastel en singular si estás pidiendo uno. Tenemos varios. De chocolate, de queso y de frutas. ¿Cuál prefieres? De queso, por favor. Perfecto. Un pastel de queso. ¿Algo más que te gustaría pedir junto con tu café con leche y el pastel de queso? No, gracias. Muy bien. Entonces sería, no, gracias. Tu pedido está listo. ¿Te gustaría tomarlo aquí o para llevar? Aquí. Que tengo ganas de comer aquí. Lo siento, solo una pequeña corrección. Diríamos aquí, que tengo ganas de comer aquí. Me alegra que te quedes. Espero que disfrutes tu café con leche y pastel de queso. Gracias. De nada. Disfrútalo. Hey, ShareGPT. ¿Puedes mir bitte folgenden Gefallen tun und einfach im Hintergrund ruhig bleiben und erst, wenn ich mit einer Frage auf dich zukomme, antworten? Weil ich lese gerade ein Buch und vielleicht kannst du mir dann dabei helfen. Natürlich. Ich bleibe im Hintergrund. Viel Spaß beim Lesen. Wenn du eine Frage hast, Anita. Ich lese gerade das Buch Blitzscaling. Und dort spricht der Autor über Proven Business Model Patterns. Und beim Lesen habe ich mich gefragt, die sind doch sehr ähnlich zu dem Hooked Framework von Nia Eyal. Kannst du mir da mal den Unterschied erklären? Klar, Blitzscaling und das Hooked Model von Nia Eyal konzentrieren sich beide auf Wachstumsstrategien, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Blitzscaling konzentriert sich auf schnelles Wachstum in unsicheren Märkten durch bewährte Geschäftsmodelle wie Marktplätze oder Abonnements. Das Hooked Model hingegen fokussiert sich auf die Schaffung nutzergewöhnlicher Produkte durch einen vierstufigen Zyklus. Trigger, Aktion, Belohnung und Investment. Beide Modelle sind wertvoll, aber das eine konzentriert sich auf Unternehmenswachstum und das andere auf Benutzerbindung. Okay, vielen Dank. Gern geschehen. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Kannst du mir sagen, was das Wort Surpassed heißt? Kein Problem. Surpassed bedeutet übertroffen oder überholt. Es wird verwendet, um auszudrücken, dass etwas besser ist als etwas anderes oder einen vorherigen Stand übertroffen hat. Zum Beispiel, her achievements have surpassed all expectations. Was bedeutet, dass ihre Leistungen alle Erwartungen übertroffen haben. Ich würde gerne mit dir mein Russisch verbessern, weil ich spiele unglaublich gerne Counter-Strike. Und hier in Europa ist es häufig so, dass wir aus vielen verschiedenen Ländern zusammenkommen und die einen dann nicht die eine Sprache können und die anderen nicht die andere Sprache können. Und Russisch ist auf jeden Fall extrem hilfreich. Aber ich kann nicht viel. Ich kann nur priviert, russki. Also kannst du mir vielleicht helfen, so die Basics für Counter-Strike beizubringen? Natürlich, ich helfe dir gerne dabei. Ein paar nützliche russische Begriffe für Counter-Strike wären Wrag für Feind, Bomber für Bombe und Prykräumina für Decke mich. Wenn du das im Spiel benutzt, bist du schon mal gut ausgerüstet für die Kommunikation mit russischsprachigen Mitspielern. Okay, ähm, Prykräumina, 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 Prykräumina. Ja, genau. Prykräumina bedeutet Decke mich. Das ist sehr nützlich, wenn du im Team spielst und Unterstützung brauchst. Okay, ähm, und wenn ich, äh, wenn ich, äh, sagen will, ähm, Gorashbi, Gorashbi. Das ist fast wichtig. Um Rashbi auf Russisch zu sagen, würdest du Rashbi verwenden. Einfach und verständlich für deine Mitspieler. Okay, ähm, dann habe ich, ähm, ich habe mir einen Google-Übersetzer vorher mich auch schon ein bisschen vorbereitet, immer auf Counter-Strike und hatte da immer so Klebezettel. Auf dem einen habe ich immer draufgeschrieben, am Anfang der Runde zu sagen, Sotkniesbord. Ah, du meinst wohl Sakupimsia. Sakupimsia, was Einkaufen oder Lasst uns Einkaufen bedeutet. Nee, 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 nee. Ich meine, nee, 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 das meinte ich nicht. Ich meinte Sotkniesbord. Ah, ich verstehe. Du versuchst Sotkniesbord, Sotkniesbord zu sagen, was halt die Klebebord bedeutet. Ziemlich direkt, aber in manchen Situationen im Spiel sicher angebracht. Ja, und dann, weil dann wurden die meistens dann aggressiv und waren erstmal schockiert. Und dann habe ich gesagt, Prostachuchuchu. Ah, Prostachuchuchu. Prostachuchuchu bedeutet, ich scherze nur. Das ist gut, um die Stimmung wieder zu entspannen, nachdem du eine provokante Bemerkung gemacht hast. Eine clevere Kombination. Ja, vielen Dank. Aber ich brauche vielleicht, was heißt denn, wenn ich jetzt zum Beispiel auf das 2, sagen wir, wir wollen aus, gehe aus der Mitte raus. B-Split. Das könntest du so sagen. Wir gehen durch den Miet nach B. Wir gehen durch den Miet nach B. Das bedeutet, wir gehen über die Mitte zu B. Perfekt für einen B-Split auf der Map DAS 2. Okay, warte. Also, wir hohren? Genau. Wir hohren. Wir hohren bedeutet, wir gehen raus. Wir hohren. Oder? Ja, genau so. Wir hohren. Wir hohren hast du perfekt ausgesprochen. Damit signalisierst du deinen Teamkollegen, dass es Zeit ist, loszugehen. Okay. Dann, wir hohren mit A-B. Fast richtig. Es heißt, wir hohren через Miet nach B. Wir hohren через Miet nach B. Perfekt. Das war genau richtig. Deine Teamkollegen werden sofort wissen, was zu tun ist. Sehr gut. Kannst du mir noch sagen, drop mir bitte deine Kalaschnikow? Das wäre Machen wir das bitte noch mal. Machen wir das bitte noch mal. Klar. Es heißt Sbroz mir kalaschnikow, bitte. Sbroz mir kalaschnikow. Sbroz mir kalaschnikow. Es ist Sbroz mir kalaschnikow. Bitte. Sbroz mir kalaschnikow. Sbroz mir kalaschnikow. Sbroz mir kalaschnikow. Das war alles da. Das war großartig. Noch ein kleiner Tipp. Das L in Pajalusta ist fast wie ein Leer. Aber das war schon richtig gut. Okay. Ja, vielen Dank. Sehr gern geschehen. Viel Erfolg bei deinen Spielen und beim Russisch lernen. Das war es auch schon wieder für heute. Schreib mir mal in die Kommentare, wie du das neue ShareGPT nutzen wirst. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da, um diesen Kanal zu unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 보� anderes. Danke was. Bis zum nächsten Mal. Halleluja. Ich freue mich so. Beautiful. vent. cocktails. facinio. und bis zum nächsten Mal. Die Opa. 辛苦. Anfänger und bis zum nächsten Mal.